Ich bin? Genau. Oder Norden. Mülltau oder Norden? Sag das dann. Wir können... Ich bin lieber als Zentrum, damit wir nicht von der Zone gefickt werden. Also Norden. Wer hat euch die Smog geworfen? Ich natürlich nicht. Gut, war einer von euch bei. Ich war's, hab ich doch gesagt. Wer hat die Smog geworfen? Keiner von uns. Ich hab keine Ahnung. Okay, wir hatten den jetzt. Wo wollt ihr denn rein, da? In den Bunker. Na Gott, meine Güte, geht in den Fuß. Hier ist ein Helm. Wir lassen das jetzt schön zusammen über den Haufen schießen. Ihr beide tot, ich denke nur so nöp. Nöp, ich geh wieder, tschüss. Ah, du kommst sogar noch rüber. Ich geh nicht durch den anderen Eingang rein. Sieht nicht gelootet aus. Wieso? Hier ist doch nix. Sieht nicht gelootet aus, aber hier ist halt nix mehr. Also wirklich nix. Doch, hier ist ein Penkeler. Hier ist ein Zweierhelm. Ah, okay. Vielleicht auch noch was, ja. Shotgun. Da ist ein Zweierrucksack. Achter, Scope. Meins. Hier sind noch 30 Schuss. Das war für die SKS. Hier ist ne Mini M14, Jungs. Gib her, Digga. Hier, Kompensator. Wo? Wo? War das nur einer? Ja. Wir gehen gleich raus. Dort sind ja mehrere Eingänge, ne? Jeder einen Eingang. Er ist jetzt tot. Finally killed. Vincent ist aber sichtbar von dem Eingang, den ich hier hab. Schuss. Willst du ne M4, Vincent? Lauf dir. Ich laufe gerade. Ich hab hier n Schickfett für dich. Warte. Ich leg die um, Emil. Was tut? Ich hätte dich auch decken können. Ich werd weg und brauchen. Warte, ich komm jetzt ran. Was ist da alles? Hm? Ich hab das Wichtigste. Willst du ne Schallgedämpfte Umpa, Ben? Liegt hier. Ja, lieber als das, was ich jetzt hab. Okay, lass weiter. Ich hab ne Xternet Mec für dich, Vincent. Liegt hier. Hab ich, hab ich. Okay. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Ich muss ein Kass ist mitteilen. Was? Hier ist ne Zweierweste, Jungs. Muss man nochmal kurz Armor mitnehmen. Oh. Oh nein. Ich muss ein Kass ist mitteilen. Was? Hier ist ne Zweierweste, Jungs. Muss man nochmal kurz Armor mitnehmen. Warte mal nicht. Noch ne Zweierweste. Komm, der Zweierweste ist er. Rechts oder hoch? Hier runter geht's. Ich glaub hier ist rausgegangen. Ja, geht doch nicht. Hier ist ne Zweierweste, Jungs. Da ist ein Zweierrucksack. Achtung, Smog. Kompensator, er. Ja. Hab ich schon, danke. Oh, warte hier. Hier. Ich hätte nur mitgekommen, ich hab keine Ahnung. Alles gut, nimm nur mit. Noch rechts, rechts um die Ecke. Warte, Zimmer. Warte, ich werf ne Nade. Ich weiß nicht, was inzwischen nach links gelaufen ist. Direkt hinterher. Der ist weggelaufen. Ihr wiegt euch, legt den First Aid hin. Warte, ich geckle euch direkt mit rein. Hab er instant down gewesen? Ja. Der wär tot. Suppressor AR, Jungs. Hätt ich gerne. Warte. Ich nehm glaub ich AK, oder? Ne, ich nehm nicht AK, schon gut. Fuck it. Das Achtarscope. Das Achtarscope hab ich grad hingelegt, weil ich nicht mehr brauch. Ja, dann würd ich's nehmen. Hier ist Suppressor, ich kann nicht mehr nehmen. Ich bin voll. Der Typ hab ich um die Ecke gejumpt. Ich hab gehört, er muss nachladen. Er hat noch zwei, drei Schuss drin. Er ist ne gefickt. Der Typ hat wirklich voll reingeschüttet. Hat er ne K? Hat er ne K? Nope. Du willst das Achtarscope haben? Ja, nimm du, wenn du willst. Er hat's doch jetzt schon. Hey. Nicht liegen lassen hier. Ich hab nen Vierer, reicht mir. Ja. Hm? Auf Silence ist das besser. Hier ist noch nen Vierer. Ja, ich lass meins jetzt hier auch liegen, das Vierer. Ja, dann gib mir doch eins. Ich geh direkt hier vorne, mitten drin. Im Raum. Bis dann vorbeigelaufen bin. Von der M16. Brauchen wir nur ein bisschen neuen Millimeterarmor höchstens. Ich hab aber schon 180 weggeschossen. Der weggeschmissen hab ich irgendwo vorhin. Die wollten ihren Kollegen rechnen. Die wollten ihren Kollegen rechnen. Oder weiter looten, wen hat der? Ähm. Habt ihr Booster? Komm her. Ich habe drei Penkeler noch. Ach so, na na ne. Hier liegen zwei bei mir. Oh. Ist natürlich nett, weil ich nur noch einen. Dankeschön. Auto. 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 Auf die wird geschossen. Da steht noch ein Auto. Auf 240 am Baum. Ja, aber von wo wurden die geschossen? Von oben wahrscheinlich. Wo sind die hin jetzt? Äh. Unten, unten. Die laufen. Ja, äh. 240 auf dem Hügel. 240 auf dem Hügel. Äh. Südwest. 240. Ach, da unten. Da unten, ja. Und da unten laufen sie. Das ist 280. Ja, und bei Südwest. Direkt auf Südwesten welche auch im Hügel. Wir sollen jetzt schießen. Kein Ausgang. Die werden aus den Häusern beschossen. Wo waren da welche? Südwest. Auf dem Hügel. Ja. Unten oder oben? Südwest. Südwest. Auf halb dem Hügel des Hügels. Hinter den Bäumen? Ja, hinter den Bäumen inzwischen. Hat jemand noch Rips über? Was? Übriglich nicht, ne. Was? Nein. Ich hab unten bei dem Compound nochmal auf irgen geschossen. Er hat drei Hits von mir kassiert. Wir müssen uns bewegen, Jungs. Oha, Schüsse noch? Kriegen Schüsse vom Berg, halt Südwest. Wird ich behaupten. AK oder sowas. Oder SKS. Ich seh's. Ich seh'n nicht. Und der Squad unten auch nicht tot. Also da unten sind zwei Squads. Wir sind auch nicht beide tot, oder? Ja. Oh Gott, wir können nicht nach Osten. Wir müssen in deren Richtung. Mal unten. Nein, das sind nur die da hinten. Ich schießt. Ich. Okay. Ich hab ein-, zweimal gehittet. Ganz weit Südwesten. 2-4-0-2-5-5. Auf die wird geschossen. Von weit hinten. Hört ihr das? Jaja. Irgendwo auf der Seite. Ja, das ist aus Westen, Nordwesten. Da schießen sie gerade. Die Compound auch noch. Okay, das ist weiter weg. Da ist ein Auto im Compound gewesen. Das war nördlich vom Compound. Ja. Da ist das Auto. Also im Compound ist auf jeden Fall einer und vorm Compound fährt jetzt in UAZ. Mir fällt einer direkt ran, oder? Wir können umlaufen. Wir können in die Halle gehen. Nein. Warum nein? Die Halle ist ne Todeszone. Jetzt den gleichen vorm Compound blauer Gebäude. Ja, da hab ich einen getötet. Worauf schießt du? Einen ausgenaut an der Wand direkt. Beim blauen Haus. An dem Punkt, ne? Ja, ja. Den hab ich gerade auch gesehen. Da rennt einer zurück. Siehst du den? Ganz hinten? Nee. Komm mit, komm mit, komm mit. Achso, jetzt läuf ich gerade zum blauen Haus. Ja, ja. Die geht da runter, okay. Ja, wir müssen irgendwas machen. Ja, gut, gut. Einverstanden. Ich hab Fischen auf die Gegner 240, 255. Sind die rangekommen, oder wat? Vielerweise nach Norden. Das sind um die 800 Meter. Der Scheiß da unten im Compound, da laufen sie gerade wieder. Jungs, hör auf zu schießen, wir kümmern uns jetzt mit die hier im Compound. Werfen Smokes, etc. bei der Fuckboy-Shade in der Mitte. Die sind aber tot, jetzt sind alle tot da oben. Auf 245 sind alle tot im Südwesten, oder? Zumindest ein Squad. Das ist ein neuer Squad, ja. Ich hab die beschäftigt, ich hab mehrere Hits verteilt. Sind auch 800 Hits. Oh, ich hab einen ausgenockt. Hier im Compound. Ah, ich seh der bei den Jeep sehen laufen. Ja, beim Jeep war auch der, den ich ausgenockt hab gerade. Ich würde da rechts zu den Containern wollen. Oh, ich hab eine Deckung, definitiv. Ich bewege mich gerade links rum. Werfen den Nate nach da hinten? Wo? Also jetzt in vor wo? Im Compound. Im Compound. Also innerhalb der Mauer, in dem Gebäude? Inhalb der Mauer bin ich der Meinung. Bei Richtung Vincent glaub ich eher. Nein, hier bei mir ist keiner. Sind da alle bei dir im Gebäude, Ben. Hab ich einen Quad außerhalb erschossen? Ich seh, ich seh, ich seh. Mitten zwischen den Gebäuden. Links von dem Gebäude, andere Seite vom Gebäudebeweg. Tod. Alle tot. Der ist noch beschossen. Ja, das ist vor dem Hügel. Hab ich ja gerade schon angesagt, die Dudes. Die jetzt schießen gerade die, äh, die Dingens. Wir haben nicht, wir haben keine Zeit. Punkt. Wir müssen laufen. Ja, ich hab nur noch kurz Money mitgenommen. Und bisschen größter. Wir müssen in deren Richtung, Alter. Ich werd beglaubt. Ne, du kannst einfach direkt nach Süden weglaufen. Bisschen süden, leicht östlich. So, wo wir quasi gekommen sind. Einfach durch die Häuser, nach Osten, dann nach Süden weg. Okay, schon gut, schon gut, schon gut, schon gut, Alter. Ich dachte schon. Ja, das laufen jetzt, oder? Ja. Komm. Südaußen wird geschossen. Wir müssen jetzt parallel von den Gegnern jetzt sein. Einer ist gespottet im Westen, auf dem Hügel. Ja, 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 ja. Das ist, das ist das Quad, von dem ich gesprochen habe. Jetzt müssen wir gleich nach Südwesten. Ich würd hier hin wollen. Hat's grün markiert. Ja, lauf ich grad schon. Bei mir laufen wir zwischen den Bunker eingängen, laufen welche rum. Hier links? Ja. Südöstlich von mir war halt einer geduckt und laufen. Weit? 50 Meter. Rechts ist ein Oaz, der fährt. Ich würd sagen, am Fuckboy Shad, am, am Eingang. Am Bunker Eingang. Enemy spottet straight östlich von mir. 50, 60 Meter auf der einen Seite des fucking Holzweges. Lass erstmal in die Dings rein. Oh fuck, über mir sind hier welche. Jaja, ich hab doch gesagt, das ist der Squad Dude. Ich hab im Osten einen ausgenommen, wir müssen laufen. Auf dem Hügel. Auf dem Hügel. Ja, wir sind beschossen. Von Westen. Osten, 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 Osten. Ja, Osten, ja. Osten. Es ist einer am Baum, ne? Gott, ist der Scheiß. Oh der ist leider noch keiner passiert. Oh, der ist wirklich nicht. Ehm. Ehm, kein? Unter dir? Auf dem Weg. Über dir, direkt bei uns. Direkt über euch. Genau. Der hinter der Schule direkt. Die seh ich nicht. Oh, sind aber da noch einer. Wer, rechts. Ben. Rechts. Die umlaufen hinter dir jetzt. Ich sag doch, da war noch einer. Warte mal auf dem court zu lenken. Ich seh's nicht Hast du einen? Ne, ich hab nur den Typen angeschossen, der Du hast den gesehen, Ben? Ich seh ihn, ja Ausgenaut Der war instant down Meiner war nur ausgenockt Ok Vor euch jetzt Jungs, da wo du grad hingeguckt hast, Westen Ben Brauchst du für das 8kid, ich kann dir eins geben Ne, ich hab für das 8kid noch, aber das lohnt sich noch nicht, oder? Wollte ich sagen Den hörst du? Ja, Schritte, bei mir Vor dir Was? Da oben ist noch einer, da oben ist noch einer Ja Hier ist noch einiges, das kann ich doch, mein Riff Granate Oh, Flash Flasch Über mir ist ein Den hast du gesehen, ne? Steigen Jetzt Ich bin down Bin zwar safe Aber ich weiß nicht, ob ihr uns hey kommt links ja links damit ich dich nicht blöcke er kommt jetzt vor was war mit dem los alter hinter dir wie kann ich dings wechseln spieler bild auf bild ab aber es wissen wissen wir haben leben von uns also konkret nämlich nicht wechseln du kannst auch nicht nur einer lebt nein nein als sie wollen dann warum und und Es ist straight das der gebüsch der gebüsch rechts vor dir die gebäuden nein was 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 südosten südosten da kriegt einer 150 dort läuft er jetzt der war im gebüsch adler augen oft des dums mann die andere ist zum compound gekrochen dann denke ich mal der ist auch ein compound wenn er da muss schauen siehst du bäume bäume und der watchtower oben glaube ich da ist ein das weiß ich hier unten war noch nur um die den fahrer umgelegt hat traurig oben 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 hast du gesehen egal lauf einfach in die zonen die werden sterben vor dir parallel zwei mann ich sehe es ich sehe es ich sehe da ist drin sein dass es drin sein ist drin der eine zielt auf dich ja du bist ja genauso gelaufen wie die oben da der liegt da der hat die typen vor sich laufen lassen und lag dann dort hätte ich wahrscheinlich nicht gesehen weil die hinter ihm hergelaufen sind da an dem baum der andere war vor ihm da links lol der umläuft der kommt das sind noch drei das sind letzten beiden jetzt sind zwei das sind zwei erschreckt mich nicht so da vorne links an dem baum ich bin drin wer nicht wer flankiert denn so übers offene feld warten edit mal gucken weiter dort und er ist nicht lang so kann ich das so kriegt die Runden wenden, ganz ehrlich. Ich hab 5 Kills, wann hab ich denn 5 Kills bekommen? 9. Der fuck, ich dachte, das wären deine Kills, wo es mal hochgezählt hat. 9. Aber der eine Typ, alter, wo ich hinterm Strauch lag und mich geheilt hab, der eigentlich neben mir steht. Alter, der hatte eine M249 gehabt, ey, ich hätt einfach dann gesprayt, man. Ja, aber der hat halt nur noch einen Schuss abgegeben, weil das nicht gefallen ist. Ich sag schon mal, Gute Nacht, falls du nicht mehr wissen willst. Sag ich auch, Gute Nacht. Ja, Gute Nacht.